Das Projekt Büro KZN fällt bei uns in eine Phase der Umstrukturierung. Veränderung ist angesagt, Veränderung ist notwendig und diese Veränderung, die wird durch das Büro KZN Projekt auch unterstützt und begleitet. Bei ganz, ganz vielen Themen ist es für uns eine Art Eisbrecher und ist somit auch eine ganz starke Personalentwicklungsmaßnahme. Wenn Sie mich auf den Digitalisierungsprozess ansprechen, dann kann man definitiv sagen, dass Büro KZN dabei unterstützt, die IT-Tools optimal einzusetzen. Büro KZN kann auf dem Weg hin zum Arbeiten 4.0 ganz stark unterstützend helfen. Beispiel OneNote. OneNote ist tatsächlich ein Tool, das das Arbeiten 4.0 im Büroalltag lebbar und auch greifbar macht. Das ist etwas, was wirklich beim Mitarbeiter ankommt. Was man jetzt schon feststellen kann, ist, dass Büro KZN dabei hilft, die Organisation in der Zusammenarbeit zu stärken. Abteilungen arbeiten anders miteinander, als es früher der Fall gewesen ist. In Summe kann man sagen, dass es sehr stark darum geht, wie tun wir miteinander, wie gehen wir miteinander um, wie nutzen wir die einzelnen technologischen Möglichkeiten, wie nutzen wir das breite Feld der IT-Landschaft, die uns zur Verfügung gestellt wird und wie machen wir das auf eine sehr effiziente und auch ressourcensparende Art und Weise. Büro KZN schafft es, gemeinsame Spielregeln zu definieren. Diese Spielregeln, die kommen aus der Kollegschaft heraus, aus den einzelnen Teams heraus und somit werden die auch sehr viel besser mitgetragen. Wir haben erlebt, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dem ganzen Vorhaben gegenüber relativ skeptisch waren. Die Skepsis hat sich dann aber sehr rasch gelegt, nicht zuletzt auch durch das sehr kompetente und professionelle Auftreten der Tempus Consulting. Unser Trainer hat es geschafft, durch sein kompetentes Auftreten, durch sein hohes Maß an Professionalität schnell ein gewisses Maß an Vertrauen bei den Mitarbeitern zu erzeugen. Oft werde ich von Mitarbeiterinnen gefragt, was bringt mir ganz persönlich Büro KZN? Meine Standardantwort darauf lautet, weniger Stress, weniger Zeitdruck. Arbeitsalltag deutlich erleichtert. Für mich hat es viel gebracht. Für mich war sehr viel dabei, dass sie umsetzen konnten in der täglichen Arbeit und ich bin ziemlich begeistert davon. Also Büro KZN macht was mit jedem Einzelnen und auch mit der Organisation. Insofern ist es ein echtes Tool für die Personalentwicklung. Geist.